Putz! Putz! Bamm! Einmal mit dem Kopf drauf, okel! Ja! Ja! Putz! So, ja, ich habe übrigens noch ein Giveaway für euch vorbereitet. Jeder, der jetzt beim Giveaway gewinnen will, muss das Passwort, warte mal, Auszeichen, Kreischen, Adeb, jetzt schreiben fürs Giveaway. So, wir ziehen auch direkt. Herzlichen Glückwunsch an Wakabi Gym. Leider haben wir DDR-Wochen, alle Preise sind raus, tut mir leid. Nein, es gibt wirklich nichts, ich habe euch getreut, aber danke fürs Mitmachen. Unser Pull-Bild wird Infinities Phantom Dancer, es sind auf jeden Fall wichtige Sachen dabei. Nein, nicht schon wieder! Nein! Ah, das habt ihr reingemacht, scheiße. Ja, muss ich es drin lassen. Ich war bis gerade eben, war ich hundemüde, jetzt bin ich schweinemüde. Das ist schon ein guter Vorteil, ich glaube, ihr habt gerade jemand geworden, verpisst euch. Wir haben auch schon, wir sind schon richtig strong dabei, Leute, da geht einiges in die Gäste. Boah, war ich nicht. So, unser erstes Item, Ohm-Wracker. Meinen Spaß, Infinities, easy. Bist du besser als Faker? Ich bin Faker-Sohn, also ich scale per Alter. Okay, da gehen wir direkt ganken, Leute, da gehen wir direkt ganken, wir machen den Rollo-Maten an. First Blood, easy. Nice Flash by the White Brow, wir müssen den Last finden, zack. Aber er wollte ihn anscheinend eh nicht haben, aber das ist gut, weil jetzt haben wir gleich schon unseren Core-Bild fertig. Core-Bild ist gleich easy fertig. Jetzt gehen wir direkt weiter, Botlane. Und Ander mit, Ander mit, Ander mit. Wer kriegt das Schild? Wer kriegt das Schild? Du nicht. Dann nehmen wir den. So ein Lack. Schade, so ein Lack, Alter. So ein Lack, aber da gehen wir gleich direkt nochmal rein. Stirb jetzt, du Scheiß, Hund. Attacke, Kopfnuss, Kopfnuss, Kopfnuss. Oh, Boys, ich komm runter. Oh, Boys, ich bin auf dem Way, auf dem Highway bin ich. Leute, ich komm. Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Richtig geil. Richtig geil. Und Last Hit. Bam. Easy. Sehr, sehr gut. Das war auf jeden Fall Hashtag Wörf. 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 Selbst entscheiden, aber nein, ich entscheide für euch Kaffee. So, wir sind jetzt Full Build, Leute. Wir sind Full Build. Jetzt geht's ab. Kriegen wir eigentlich auch Stacks für Champs, ja, ne? Champions, sehr nice. Okay, wir gehen jetzt Champs Farm. Wir holen uns in Blue Buff, Red Buff und dann gehen wir Champs Farm. Oh, nice. Erdien nicht gefinished. Nice. Nice. Willst du es wirklich? Komm her. Ja, nice. Und jetzt sehen wir Damage, Leute. Jetzt sehen wir Damage. Guckt euch den Damage an. Guckt euch den Damage an. Ah, ich bin Exhausted. Exhausted bin ich. Stirb jetzt. Du bist tot. Nice Flash, Brauch. Du bist tot. Das ist der Nächste. Den holen wir uns auch. Easy. Man nennt mich nicht den Elektriker. Ich tue so, als würde ich hier unten fahren, aber eigentlich bin ich hier oben. Easy. Und noch ein Champ. Rampage. Ach, Taunti, grüß dich. Keule. Keule, moin. Wie geht's denn so? Komm her, du kleiner Reunen. Keule, man. Boah, du musst noch ein bisschen überleben. Ich bin auf dem Highway. Ich rolle. Du musst auf jeden Fall sterben. Das ist mir egal, ob ich sterbe. Ich sterbe eh nicht. Ich bin nämlich Ramos. Lass mir Ruhe. Ich sterbe nicht. Lass mir in Ruhe. Ich sterbe nicht. Du kannst machen, was du willst. Ich sterbe eh nicht. Oh, ich wollte gerade nach unten laufen. Schade. Das wäre lustig gewesen. Kacke. Okay, grüßt euch. Ich bin da. Das machst du nicht. Oh, nice, bros. Easy. Kriegen wir den auch kaputt? Komm, ich bin eine Maschine. Okay, ich bin erstmal. Ah, ich bin doch eine Maschine. Ah, ich bin... Ah, okay. Das ist ein bisschen closer. Miroslav so ein bisschen. Kommen wir das noch, Leute? Schaffen wir das? Wir glauben daran, dass wir es schaffen. Wir müssen einfach nur fest daran glauben, dass wir es schaffen. Nice. Nice. Sehr nice. Der Real Ramos. Phantom Dancer ist jetzt gleich fertig. Core Build ist so gut wie durch. Wir sind richtig easy dabei. Eigentlich fehlt mir noch. Ich glaube, ich habe ein Wort gekauft. Wie dämlich. Ja, erstmal wegmachen. Also, oh, da geht er aufs Ganze. Ui. Da hat er aber gezeigt, was er kann. Nicht viel, aber hat er gezeigt. So, ich zeige euch jetzt, how to ad carry Ramos, Alter. Bam! Ha! Ha! Bam! Ha! Der Damage kam nur von dir. Ja, ich weiß. Es ist ein bisschen, bisschen dämlich, dass Nautilus so wenig Schaden gemacht hat. Aber dafür war ich ja da, ne? So, wir haben unsere Item jetzt gesteckt. Jetzt geht's ab. Also, weiß nicht, ob es abgeht, aber es geht jetzt ab. Wir haben uns zwei, drei Pots rein und jetzt geht's ab. Da gehen wir auf jeden Fall drauf. Guckt euch den Schaden an. Da gehen wir auf jeden Fall drauf. Zack. Wow. Nice. Easy Dive. Wir gehen jetzt hier auf Büffs fort, Leute. Wir brauchen fettes Büffs fort. Ja, ha, ha. Lüßt sich so. Jetzt gucken wir uns mal den Schaden an. Bab, 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 weg. Kopfnuss, Junge. Ohne Spells. Da geht noch einiges. Da muss noch mehr gehen. Da ist der Nesse. Lol, ich bin durch ihn durch. Und jetzt geht's ab. Bab, 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 weg. Ha. Moin, Keule. Komm her. Nein, aber den falten wir jetzt. Den haben wir. Den auch noch. Scheiße, den haben wir nicht mehr gekriegt. Kacke. Schade. Fehlt uns gleich ein bisschen Lifestyle. Wir müssen erstmal hier im Finaleys bauen. Rasieren wir mal kurz in den Jungle durch. Wir machen die von oben nach unten Rasur. Also mit dem Strich quasi hier so lang. Mit dem Strich. So, und wir sind Ink, Leute. Wir sind Ink. Go. Wir sind Ink. Wir sind Ink, Leute. Nice, der ist tot, Alter. Der ist tot. Jetzt gucken wir mal, Schaden jetzt hier. Ha. Tö, 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 tö. Oh, grüß dich, Keule. Moin, den nehmen wir mal eben kurz. Dankeschön, dir Dank. Und jetzt falten wir dich. Ich hab eh. Bab, bab, bab. Obwohl. Ob. Ha. Will noch jemand? Ja? Wir gucken uns diesen Typ an. Und wir fahren. Wir fahren, Leute. Scheiße, wo fährt er lang? Oder läuft? Nein. Kämpfen wie ein Mann, Junge. Komm her. Ich will den falten. Egal, den diven wir. Ist mir egal. Ah, fuck. Ich wollte da Dieb gehen, aber mit dem ist es ein bisschen sehr Yolonaise. Maccarinis. Der will mich bestimmt noch fighten. Den könnte ich töten. Putz, putz, bam. Einmal im Kopf drauf. Okay. Ja, die machen wir. Die machen wir, Leute. Und Damage jetzt, Leute. Damage, Damage, Damage. Putz, weg. Den auch noch. Den machen wir auch noch. Putz, putz. What? Goddammit, Alter. So, jetzt haben wir nämlich Damage. Jetzt können wir nämlich unser Schwert kaufen. Nice. Eigentlich bräuchten wir Lifesteer. Das wäre echt praktisch. Blade. Ja, Blade macht aber nicht so viel Schaden wie Damage. Verstehst du das? Verstehst du das, was ich dir gerade sagen würde? Nee, er ist doch noch da. Leute, gucken wir jetzt mal. Ja, 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 ja. Buff. Weg. Hashtag weg. So, wo bist du? Wir rollen. Ja, sie macht Jungle Action. Dann fahren wir da hinterher. Oh, grüß dich, Keule. Grüß dich. Komm her. Komm her. Nice. Und putz, putz. Ah, herrlich. Dein Trinket macht kein Damage. Weg damit. Ja, du hast absolut recht. Weg damit. Woran hat SSC Trinket hier? Ah, grüß dich. Moin. Hallo. Nö. Nee. 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 Putz, putz. Weg. Ja. Ja. Putz. Da ist halt ein Gemüse Blade. Ja, ich weiß nicht. Gemüse Blade ist... Ich glaube, wir brauchen noch drei, vier Infinities. Anfang zu rollen. Lass die Plan. Anfang zu rollen. Und Möhre. Und wieder raus. Ähm. Ich klemm fest irgendwie. Kacke. Kacke. Oh, Beule. Oh, dann nehmen wir den. Der ist auch okay. Stopp jetzt. Den nehmen wir hier. Den auch noch. Könnten wir hier noch ein bisschen Power kriegen, oder? Den auch noch. Zack. Her damit. Alter, dachtest du dir so, Riven? Riven? Hast du dir so gedacht? Aber nicht mit mir. Okay. Doch mit mir. Jagen. Jagen. Da jagen wir. Das ist die Rollcam. Die Jagencam. Ja. Kopf. Kopf. Weg. Wow, er hat den Kill bekommen. Und jetzt machen wir... Ah, reudig. Okay. Jetzt machen wir Damage, Leute. Komm her. Putz. Den auch noch. Komm. Bup. 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 Oh, no. Okay. Okay, das war reudig. Das war reudig. Aber jetzt haben wir Crit, Leute. Wie viel? 90%. Egal. Egal. Putz, 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 putz. Die hat länger überlebt als gedacht. Also da dachte ich jetzt, die würde schneller sterben. Aber, na gut. So weit weg. Oh, yo, 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 Keule. Grüß dich. Wir holen mal ein Stenium. Zack. Oh, really? Bam. Geht da noch was? Da geht noch was. Putz, putz. Geht da noch? D, d, d. What? Du stirbst noch. Yo. Du wohn' bei deinen Ramos. Will deine Techspeed wissen? Äh, ja, zu spät. Schade. Ich liebe dich. Ich liebe sie. Wir schauen unseren Damage. 26,5. 26,5. 19.000 kneten. Damage. Damage war auch da. Das Problem ist, dass er jetzt ultra pissy ist. Zack. Das ist Talon, Leute. GG. Talon Balance. Hehehe, Balance. D, 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 d